60 Sekunden Erfolgsgeheimnis und deshalb stehe ich jetzt hier bei der Uni Stuttgart und bei Miles, der uns das jetzt erklären wird. Ich starte hier mal. Doping? Nein, nein. Was wir haben ist, wir haben ein Motto, Complete, Finish and Win. Complete, das Auto so schnell wie möglich zusammenzubauen, um möglichst viel Testzeit zu haben. Dann während dieser Testzeit Finish, um möglichst viele Kleinigkeiten und bis ins kleinste Detail zu arbeiten, um alles wirklich aus dem Auto zu holen und schließlich dann auch Win, um die Wettbewerbe zu gewinnen. Da steht natürlich an vorderster Front und da gibt es ja auch ein Sprichwort, never change a winning team. Ist das bei euch so? Nein, wir rotieren durch jedes Jahr. Natürlich bleiben Leute da, die übernehmen dann die leitenden Positionen. Aber das Wichtigste für uns ist der Wissenstransfer von den Alumni an die neuen Jungs und Mädels, die dann vorbeikommen. Okay, habt ihr so ein Kernstück, wo ihr sagt, darüber gewinnen wir jedes Mal, wir sind super in der Konstruktion oder ist das einfach so das berühmte Gesamtpaket Es ist das Gesamtpaket, aber am wichtigsten möchte ich noch mal betonen, ist der Wissenstransfer zwischen den Alumni und uns. So, dann könnt ihr euch zusammen jetzt hier mal eine Runde feiern, weil das war jetzt 60 Sekunden. Erfolgsgeheimnis mit der Uni Stuttgart. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, Dankeschön.